Mein Name ist Nicole Breithaupt, ich bin aufgewachsen in Halle und bin nach mehreren Stationen jetzt auch wieder in Halle tätig an der Theologischen Fakultät. Also ich habe nur noch eine Zeit und bin aktuell noch nicht in der Gemeinde. Meiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftige ich mich vor allem mit Transformationen von Gesellschaft und Kirche, aktuell mit Nutzungserweiterung von Kirchen. Mir liegen besonders die Kirchengebäude am Herzen. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, die Kirchen als Gotteshäuser zu erhalten, zu öffnen und für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. An der EKM begeistert mich ihre Beweglichkeit und ihr Mut zu neuen Projekten wie die Erprobungsräume und die Querdenker und darum freue ich mich auf die Arbeit in dieser Landeskirche.